hier liegt auch hier als schutz kriegst du doch mal eine kapitänsmütze auf da weiß man gleich die ist eine händlerin abgesehen davon gibt es glaube ich nix hosenträger mit hose ja das sieht aus wie ein kapitän so na gut okay also kapitän siedler wir brauchen nicht für eine versorgungsroute nach century hills zu weisen in unser hauptquartier auch bei der entschuldigung ok und da wird man hier mal weiter geht nicht das möchte ich gern stehen lassen das auch das auto auch eigentlich vielleicht noch hier ein bisschen aufräumen so und so hier möchte ich das eigentlich anschließen okay so sein leidiges eine telefonzeile wunderbar da gab es richtig gutes zeug drin ein bisschen beton wir haben ein bisschen energie so ich glaube aufgeräumt ist es jetzt mal wieder soweit diesmal gehe ich nicht nach oben das machen wir später weiter und von hier aus ja ok ich hoffe nur die geschütze kommen bis runter ok hier sind die tore ich würde sagen das ist der haupteingang das ist der haupteingang von diesen von dieser netten siedlung ok na dann lasst uns mal beginnen am anfang umzäunen wir das erstmal und ich mag es wieder mit wänden sonst geht das holz aus hallöchen ich grüß dich wie machen wir das jetzt am geschicktesten ich würde mal sagen das zweite tor lassen wir jetzt einfach mal um benutzt ähm ähm hier die erste schriege von äh hier aus wir richten gerade ein dorf für siedler her sichern das ein bisserle ab so und jetzt hier so vorbei dürfte man jetzt hier nicht mehr kommen nein hier haben wir den haupteingang hier ist ein Zaun offen da bauen wir doch auch nochmal kurz zwei hin Raider sicher sozusagen ok hier ist es zu hier auch hier auch hier auch hier müssen wir dann weiter bauen einmal komplette Längsseite hm ok aber eins nach dem anderen ich würde gerne ich würde das gerne lassen das bedeutet wir müssen von hier aus ich würde diese Hütte gerne auch noch mitnehmen aber als Ende so vielleicht und dann bauen wir einmal nach rechts so da werden die Siedler wieder eingepunkert das war ein bisserle weit ein bisserle weit war das ok die stellen wir mal kurz hier hin da bräuchte man auch irgendwie eine Ecke ok gibt es denn da auch Ecken irgendwie äh Ecken 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 ähm Böden Wände vielleicht gibt es bei den Wänden irgendwo noch eins was um die Ecke geht nee hier so es ist nicht wunderschön aber so ok dann noch einmal hier rum die Frage ist jetzt direkt hier so anschließen so so kommt jetzt von hier aus hoch wenn die springen aber ich glaube die Gegner springen nicht mit diesen gerümpelappen mal da stehen hm so ganz gefällt mir das dann doch nicht vielleicht noch vielleicht noch vielleicht noch so 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 ok so gefällt mir das doch schon besser hier kann man raus gucken wunderschön ok abgesichert ist hier die Ostseite das möchte ich eigentlich noch gerne als Verteidigung benutzen hier ok hier ist der Haupteingang dom ich hab eigentlich vor dass man wieder nur von einer Seite aus angreifen kann ne Kurtzweif das wäre mir lieb mal hier dann da hast du eigentlich recht, Kurtzweif ich möchte ihn eigentlich mal kurz abgeben hier in unserem schönen Lagerhäuschen Transfer und den ganzen Schrottlagern so Gott sei Dank, hast du eigentlich noch was dabei? Sag mal. Nö. So. Hm, ich würde sagen... Das gehört dann nicht mehr zum Dorf. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach eine Schräge. Ähm. Oh man, die Frage ist, wie kriege ich das hin? Ich muss erst mal... Hallöchen, ich grüße dich. Äh, nein, nicht mehr bauen. Hier den Lampenfuß entfernen und hier noch ein bisschen Holz. So und so. Wir tun gerade hier das Starlight Drive-In für die Siedler herrichten. Ich zäune es gerade ein, damit sie nicht mehr so leicht angreifbar sind. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, würde ich mal behaupten. Die Frage ist nur, ich möchte es gerne dahinten anschließen lassen. Ich mache jetzt mal auf. Gut, Glück, leicht, schräg. Vielleicht von hier. Hoffentlich klappt das, wie ich mir das vorstelle. So. Nachdem das Ganze dann grob eingezahlt ist, kommen ein paar Häuser hin. Die Wasserversorgung. So wie... Boah, sieht doch gar nicht mal so übel aus. Und natürlich hier... Ah, nein! Äh, so war das jetzt nicht geplant. Äh... Äh... Mh, okay. Äh, was? Was, was? Ah, hier. Okay. Und dann einfach mal von hier aus... Nein, nicht wieder ein Luftbau! Na gut. Dann halt mal ein Luftbau. So. So. Okay. Einfach mal hier abschließen. Nochmal den Luftbau. Wunderbar. Und noch eine... Mitten rein. Sozusagen. Äh, 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 äh. So. So, das müsste abschließend sein. Hier kommt man auch nicht vorbei, auch wenn man durchgucken kann. So. Okay. Das heißt, wir haben diese Seite hier abgesichert. Hier, hier und hier. Hier ist der Haupteingang. Jetzt muss diese Seite abgesichert werden. Aber... Ich hätte gerne noch... Jacob! Ich grüße dich und ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Und willkommen bei Fallout 4, wie bereits erwähnt. Aber ich möchte gerne diesen Zugang hier lassen. Hmm. Also bedeutet das, wir fangen von hier aus an. Ich mache gerade hier das Starlight Drive in Siedler sicher, sozusagen. Also was heißt Siedler sicher? So im Groben und Ganzen sozusagen. Okay, von hier aus. Zack. Und hier noch. So, und jetzt einmal noch eine komplette hier durchziehen und dann müssten wir es eigentlich zauntechnisch soweit haben. So, der kommt noch kurz weg. Das gibt gut Material, sozusagen, so ab hier vielleicht. Beim bereits bestehenden Zaun. Ich glaube, das ist zu schräg. Das ist zu schräg. So vielleicht. Ich mache das immer nur so Pi mal Daumen. Verkünsteln möchte ich mich eigentlich nur in Sanctuary Hills, weil da mein Herz ist. So. Äh. Nein, wieso? Wieso möchtest du da nicht hinbauen? Ich bin verwirrt und entsetzt. Ah, nein, das gibt es doch nicht. Äh. Na gut. Dann machen wir es halt so. Wenn das nicht anders möchte. Okay, wie sieht es materialtechnisch aus? Oha, uns geht das Holz aus. Ich glaube, die Siedlung ist noch die einzige, die wir bauen können im Moment. Ach, wieso denn? Wieso tust du das? Weil einfach das Material fehlt danach. Also zwei Siedlungen halbwegs sicher bekommen, das geht. Aber ich glaube, abgesehen davon. Und das wird, glaube ich, schon knapp. Na, wirst du wohl. Letztes Mal gar wieder nicht. Na gut. Oha, das sieht ja schrecklich aus. Egal, was so ist. Ach, das ist ja... Also diese Seite, die wir wirklich nicht, ne? So. Und hier als Abschluss. So, okay. Was haben wir hier? Nochmal einen Lampenfuß. Schade, dass ich dieses Gestrüpp nicht wegbekommen kann. Jetzt machen wir mal noch eine kurze Runde. Du, 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 du. Vielleicht noch. So. Okay. Hier kommt man nicht rein. Hier kommt man nicht rein. Mal eine kurze Runde laufen. Okay. Eingezäunt haben wir das Ganze, glaube ich. Das gute Holz. Boah, mir geht die Puste aus. Einmal rum, einmal rum, einmal rum. Hier ist der Haupteingang. Okay. Da sollen sie dann reinkommen. Okay. Wir haben hier das Café. Oder die Annahme der Tickets eher. Hoppala. So. Okay. Von rechts kommt man nicht weiter rein. Hier kommt man auch nicht weiter rein. Hier oben kommen noch ein paar Verteidigungsanlagen oder sonstiges hin. Auf der rechten Seite hier sind wir auch abgesichert. Sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt kann es ein bisschen an den Innenbau gehen. Hier sieht es ziemlich offen aus. Aber man kommt, glaube ich, nicht vorbei. Okay. Okay. Im großen Ganzen ist das in Ordnung. Es ist zwar nicht wunderschön, aber es geht. Das bedeutet, wir können uns an die Inneneinrichtung machen, sozusagen. Als allererstes hätte ich dann nochmal gerne eine Wasserversorgung, wenn da schon so ein kleiner Tümpel steht. Zack, zack. Aber ein kleiner reicht wohl. So. Äh. Passende. Passende Generator dazu. Verbunden bitte. So. Okay. Hier ist das Wasser. Hm. Wir haben hier nicht besonders viel Erde. Das bedeutet, essenstechnisch können wir eigentlich nur hier ein Feld anlegen. Das machen wir doch auch mal gleich. Ich mache das nur so ein bisschen provisorisch. Machen wir hier mal einen Flaschenkürbis hin. Äh. Flaschenkürbis. Äh. Zack. Hier. Weiterhin. Was haben wir hier? Ein Mais. Abwechseln muss sein, so. Und ich glaube, wir haben nur noch diese...